Seit dem Altertum wissen wir, dass es sechs Planeten in unserem Sonnensystem gibt. Je weiter sich die Technik entwickelte, desto weiter konnte man in den Weltraum schauen. Neben anderen Planeten in unserem Sonnensystem wurden auch Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gefunden. Heute erklären wir, wie man einen extrasolaren Planeten findet und warum die Technik noch in den Kinderschuhen steckt. Bei der Radialgeschwindigkeitsmethode wird das Lichtspektrum des Sterns im Detail analysiert, um mögliche Begleiter aufzuspüren. Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass sich Planet und Stern gegenseitig anziehen. Aufgrund dieser physikalischen Tatsache umkreisen beide Himmelskörper einen gemeinsamen Schwerpunkt. Der Stern hinterlässt dabei eine bedingte Bewegung relativ zum Beobachter und damit auch Spuren im Sternlicht. Kommt der Stern auf uns zu, wird sein Licht zu kleineren Wellenlängen verschoben, das Lichtspektrum wird bläulich, entfernt er sich von uns, wird das Licht länger wellig und damit rötlich. Mit mehr als 850 bestätigten Entdeckungen ist die Radialgeschwindigkeitsmethode eine der erfolgreichsten Methoden bei der Suche nach Exoplaneten. Aber auch mit ihr lassen sich Planeten nur unter bestimmten Bedingungen nachweisen. Leichte Planeten zum Beispiel verursachen nur eine schwache Verschiebung der Wellenlängen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.